Herzlich willkommen zur Asklepios-Informationssendung. Heute geht es um eine sehr ernsthafte Erkrankung, die vielen vielleicht wie ein Todesurteil vorkommt, wenn sie von dieser Diagnose hören. Es geht um den Hirntumor und es geht um die Frage, ob man den nicht doch erfolgreich behandeln kann. Bei mir zu Gast ist heute Prof. Dr. Uwe Kehler. Er ist Chefarzt der Neurochirurgie und Sprecher des Kompetenzzentrums Neuro-Onkologie an der Asklepios-Klinik Altona. Schön, dass Sie da sind, Herr Kehler. Erzählen Sie uns bitte, was ist ein Hirntumor genau? Ein Hirntumor ist ein Gewächs im Gehirn oder an den Gehirnhäuten, der durch das Wachsen Teile des Hirns zusammendrückt und dadurch Symptome verursachen kann. Was sind das für Symptome? Es gibt ganz unterschiedliche Symptome. Es hängt ganz davon ab, wo das ist häufig, kann es ein erstmaliger epileptischer Anfall sein. Wenn es im Sprachzentrum sitzt, kann es eine Sprachstörung sein. Wenn es in der Bewegungsregion sitzt, dann kann es eine Lähmung sein. Oder an der Sehnervenkreuzung, dann kann es zum Beispiel eine Sehstörung sein. Woher kommen solche Tumore? Es gibt ganz verschiedene Tumore. Es gibt einmal die hirneigenen Tumoren und die Tumoren, die eigentlichen Hirntumoren, die im Kopf entstehen. Aus dem Hirngewebe, aus dem Hirnstützgewebe, aber auch von den Hirnhäuten, sogenannte Meningiome. Und dann gibt es aber auch sekundäre Absiedlungen, das heißt von irgendwelchen Krebsarten, Töchtergeschwülze, Metastasen, die sich im Hirn absiedeln. Und kann man da Bösartige von Gutartigen unterscheiden? Ja, das kann man. Die hirneigenen Gliome, die sind häufig bösartig oder werden mit der Zeit häufig bösartig. Die Hirnhauttumoren sind meistens gutartige Tumoren und die Metastasen, die Tochtergeschwülze von Krebsen, sind natürlich auch bösartig. Können die sich im Laufe der Zeit auch verändern, von gutartig zu bösartig? Ja, bei den sogenannten Gliomen, bei den hirneigenen Tumoren aus dem Hirnstützgewebe, das sind Tumoren, die häufig über viele Jahre relativ gutartig sind und die mit der Zeit bösartig werden. Sie können auch gleich als bösartige Tumoren entstehen, aber es gibt viele, die mit der Zeit über 5, 10 Jahre dann bösartig werden. Aber wenn man jetzt von gutartigen Tumoren spricht, kann man das denn überhaupt? Denn ich stelle mir vor, dass auch ein gutartiger Tumor, der ja wächst, die Hirnfunktion beeinträchtigen müsste. Ja, man kann sehr wohl von gutartig sprechen. Gutartig bedeutet erst einmal, dass er nicht infiltrativ wächst, also nicht in das Hirngewebe hineinwächst, sondern es nur verdrängt. Und viele der gutartigen Hirntumoren kann man auch sehr gut operieren. Man kann sie vollständig operieren mit den heutigen modernen Operationstechniken, kann man sie entfernen, ohne dem Patienten irgendetwas anzuoperieren, irgendeinen Schaden anzuoperieren. Und die Patienten sind davon auch geheilt hinterher. Ja, genau. Darüber sprechen wir später noch über die Operationsmethoden. Aber was mich noch interessiert ist, wie häufig kommt denn so ein Hirntumor überhaupt vor? Die eigentlichen Hirntumoren, da haben wir etwa 8000 im Jahr. Es gibt aber dann noch die ganzen Metastasen. Und in einer großen Klinik, so wie in unserer Klinik zum Beispiel, operieren wir im Jahr 350 Hirntumoren. Und weiß man inzwischen, wer einen Hirntumor bekommen kann und wer nicht? Gibt es da eine Art Prädisposition? In der Regel nein. Es gibt ein paar seltene Sachen zum Beispiel, wenn man als Kind einen Tumor gehabt hat oder als Kind eine Kopfbestrahlung gehabt hat, dann hat man eine größere Chance später einen Hirnhautumor zu bekommen. Aber ansonsten gibt es keine eigentliche Disposition, bis auf einige wenige Ausnahmen. Und welche sind das? Zum Beispiel bei einer Neurofibromatose Recklinghausen. Das ist ein Gendefekt, wo man viele Tumoren an den Nerven hat. Da kann man auch Tumoren an den Hirnnerven und auch eigentliche Hirntumoren bekommen. Aber sehr selten. Und wie stellt man fest, dass der Patient überhaupt einen Tumor hat? Sie sagten ja schon, der klagt über Beschwerden, hat vielleicht Kopfschmerzen, ist übel. Wenn ein Patient solche Symptome hat, dann wird in der Regel eine Kernspintomographie durchgeführt. Die Kernspintomographie zeigt uns unheimlich gut das Gehirn, so gut wie ein Anatomieatlas eigentlich. Und da sehen wir dann halt, wenn dort etwas da ist, was da eigentlich nicht hingehört. Und je nachdem, wo es dann sitzt, können wir dann auch sehr schnell sagen, erst mal, wie man es behandeln kann, wie man es operieren kann. Aber wir können auch von der Art der Bilder schon sehr gut sagen, was für eine Art Hirntumor das höchstwahrscheinlich ist. Das heißt, es ist eine schmerzfreie Untersuchung? Das ist eine schmerzfreie Untersuchung, die ein paar Minuten, eine halbe Stunde etwa so dauert, aber nicht belastend ist ohne Röntgenstrahlen. Man muss halt nur ruhig halten während der Untersuchung. In welcher Situation sind denn die Patienten, die zu Ihnen kommen, kennen die Diagnose schon? Ja, sehr viele Patienten, die zu mir kommen, die kennen die Diagnose. Und da geht es eigentlich mehr gleich um die Frage, soll es operiert werden? Wie kann es operiert werden? Wie soll es behandelt werden? Aber es gibt auch einige Patienten, die ohne Informationen über ihren Hirntumor zu mir kommen und für die bricht natürlich erst mal eine Welt zusammen. Jeder, der hört, dass er einen Hirntumor hat, für den geht erst mal die Welt eigentlich unter. Man hat Ängste, man weiß nicht mehr, wie es weitergeht, man weiß nicht, was mit der Familie wird. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation für die Patienten und auch für die Angehörigen. Und in vielen Fällen, je nachdem wie der Tumor ist, kann man ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Entwarnung geben und die Patienten aber dann doch ganz gut führen und aufklären, auch was auf sie zukommen wird. Ja, genau. Was können Sie für den Patienten tun? Stichwort Operation. Es gibt sehr viele Hirntumoren. Ich sagte da schon, die Tumoren der Hirnhäute, die kann man in aller Regel, wenn sie einigermaßen günstig sitzen, sehr gut entfernen. Diese Operationen werden von den Patienten in der Regel sehr gut auch vertragen. Es wird ähnlich gut vertragen wie früher eine Blinddarmenoperation. Die Patienten können am Tag nach der Operation aufstehen und können fünf Tage, eine Woche danach bereits wieder nach Hause gehen. Man ist also ganz erstaunt, wie schnell das geht. Es gibt sicherlich auch einige Tumoren, die man aber nur teilweise entfernen kann. Und natürlich Patienten, die bereits schwere Lähmungen haben, bei denen geht diese Lähmung häufig dann nicht weg oder nur teilweise weg. Muss also eine Operation immer sein? Es gibt einige Tumoren, gerade bei älteren Patienten, gerade auch bei gutartigen Tumoren, wo man sagt, nein, da können wir erst mal abwarten, gucken, wie schnell der wächst. Wenn er noch relativ klein ist, kann man auch abwarten. Es gibt auch sogenannte Akustikus-Neuronomen, die manchmal relativ klein sind, die kaum oder gar keine Beschwerden machen, wo man auch durchaus, wie wir sagen, wait and see oder wait and scan machen darf. Also man wartet einfach ab und macht nach einem halben Jahr oder Jahr ein neues Bild und sieht, wie schnell das Ding wächst. Und solange das keine Symptome oder praktisch keine Symptome macht, kann man in diesen Fällen auch abwarten. Ja. Und wenn es dann zur Operation kommt, wie läuft die ab? Das hängt ein bisschen natürlich von dem Hirntumor ab, was für ein Zugangsgewebe, wie kompliziert das ist. Aber der Patient kommt in der Regel am Tag vor der Operation, er kriegt viele Zusatzuntersuchungen. Unter anderem machen wir in aller Regel sogenannte Navigationsaufnahmen. So wie Sie im Auto eine Navigation fürs Auto haben, haben wir auch im Gehirn um Schädelinneren eine Navigation. Und diese ganze Technik, die lesen wir dann ein. Und wenn der Patient dann im OP ist, wird er entsprechend gelagert. Diese ganze Navigation wird eingerichtet. Das habe ich jetzt noch nicht verstanden mit der Navigation. Heute macht man in der Regel nur sehr kleine Eröffnungen des Schädels. Und man muss immer genau die an der richtigen Stelle machen. Man muss auch immer genau wissen, wo man ist. Wenn man einen Tumor hat, ist häufig die Anatomie nicht mehr ganz normal und verschoben. Und das müssen wir halt wissen. Und das wollen wir halt auch im Vorhinein wissen. Und mit der Navigation, so wie im Auto, Sie wissen, wo Sie langfahren müssen, wo Sie gerade sind, können wir auch im Schädel, am Schädel und im Schädel dann mit unseren Instrumenten und dem Mikroskop immer genau wissen, das ist vielleicht noch einen halben Zentimeter bis dahin. Wir müssen jetzt rechts oder links rum. Das können wir an diesen Navigationsbildern immer sehen. Und damit können wir die Operation sehr viel sicherer machen. Und wie läuft die Operation dann weiter ab? Wenn also diese Navigation eingerichtet ist, dann werden ein paar Haare rasiert. Heute werden meistens nur kleine Streifen rasiert, nicht mehr die ganzen Haare, wie wir das vor 20 Jahren noch gemacht haben. Der Schädel wird mit einem bestimmten Trepan eröffnet und dann ausgesägt. Aber hinterher wird das natürlich alles wieder so eingesetzt, dass man nachher bis auf die Narbe nichts mehr sieht. Die Hirntumoroperation ist immer eine mikrochirurgische Operation. Das heißt, wir sitzen unter dem Operationsmikroskop, gucken da rein und operieren dann mit unseren Händen Millimeter für Millimeter, damit wir auch alle Gefäße, alle wichtigen Regionen heil lassen, aber natürlich den Tumor auch entsprechend entfernen können. Genau, das ist das, worauf es ankommt, den Tumor zu entfernen und das andere heil zu lassen. Gelingt das immer so? Es gelingt in den meisten Fällen. Es gibt aber gerade bei den hirneigenen Tumoren die Schwierigkeit, dass man die Grenzen auch unter dem Operationsmikroskop gar nicht erkennt. Wir können bei einigen Tumoren den Patienten vorher einen Farbstoff geben, den trinken sie und wenige Stunden später ist er dann angereichert im Tumor und unter einem bestimmten Filter unter dem Operationsmikroskop leuchtet der Tumor auf, während das gesunde Gehirn nicht aufleuchtet. Und so können wir das, auch wenn wir das unter dem Operationsmikroskop unter weißlich nicht erkennen, können wir das durch diesen Filter dann doch ganz gut erkennen. Aber gerade wenn es an ganz kritische Regionen geht, muss man vorsichtig sein. Es ist immer wichtiger, dass der Patient hinterher keine neuen Störungen hat, dass er eine gute Lebensqualität hat und nicht, dass er hinterher keinen Tumor hat, aber möglicherweise gelähmt ist oder sogar ein Pflegefall wird. Können Sie das schon während der OP feststellen, wie weit Sie da gehen können? Ja, wir können das, wir sehen ja, wie lange es leuchtet. Wir sehen bei gesunden Tumoren oder bei gutartigen Tumoren sehen wir eine gute Grenze und da können wir das ganz genau unter dem Operationsmikroskop erkennen. Manchmal bei den gutartigen oder gutartigeren hirneigenen Tumoren, die sehen manchmal genauso aus wie Hirngewebe, da ist es besonders schwierig und da sind diese Hilfsmittel, intraoperative Bildgebung, intraoperative Ultraschalluntersuchung, die Neuronavigation und so aber sehr hilfreich, um das einigermaßen sicher hinzukriegen. Ich habe mal gehört, dass manche Patienten dann aus der Narkose geweckt werden, um zu schauen, ob sie noch sprechen können. Man kann bei einigen Tumoren sogenannte Wachoperationen machen und da hat man eine besonders gute Kontrolle, wie weit man sich an etwas heranwagen kann, an eine kritische Region. Und das kann man dann auch beim wachen Patienten machen, der kann dann reden und wenn man diese Region stimuliert, hört er möglicherweise auf oder redet nicht mehr so gut, dann weiß man, hier muss man spätestens aufhören. Das bedeutet aber auch, dass da natürlich häufig Tumorreste zurückbleiben müssen. Und das heißt dann, dass der Patient erneut operiert werden muss? Nein, wenn man Tumorreste zurücklassen muss, muss man hinterher überlegen, wie das weiterbehandelt wird. Da kann zum Beispiel eine Strahlentherapie oder eine Chemotherapie oder eine Kombination aus beiden auf den Patienten zukommen, um den Tumor möglichst begrenzen zu können, beziehungsweise im Zaum halten zu können, dass er nicht weiter wächst. Ja, was mich erstmal noch interessiert ist, wie bekommen Sie denn den Tumor eigentlich raus aus dem Schädel? Auch da gibt es ganz verschiedene Techniken. Es hängt auch davon ab, ob der Tumor ganz fest ist. Zum Beispiel gestern habe ich einen Tumor operiert, der war hart wie ein Stein. Das war ganz schwierig, den rauszubekommen. Manchmal ist aber ganz weich, dann kann man ihn mit einem Sauger tatsächlich zum großen Teil absaugen, muss dann aber die Grenzen entsprechend präparieren. Da gibt es verschiedene Techniken, zum Beispiel so ein Ultraschallzerstäuber. Die Spitze vibriert im Ultraschallbereich, zerstört den Tumor und saugt ihn dann auch gleichzeitig ab. Und das ist zum Beispiel sehr hilfreich, weil man auch, wenn man einen Tumor an der einen Ecke operiert, nicht an der anderen Ecke bewegen darf, weil da möglicherweise noch wichtige Gefäße dranhängen, die man nicht zerstören darf. Man darf also einen Tumor nicht einfach mal so umdrehen, um zu gucken, ob man ihn rauskriegt. Sondern man muss ihn immer verkleinern und darf möglichst nicht viel bewegen, nicht hin und her ziehen, damit es zu keinen Gefäßverletzungen am Gehirn kommt. Und müssen Sie da immer ein Loch in den Schädel bohren? Ja, es gibt die meisten Tumoren, für die meisten Tumoren müssen wir ein Loch oder eine größere Kraniotomie, also eine größere Öffnung der Schädels durchführen. Einige Tumoren können wir auch durch die Nase operieren, zum Beispiel die Tumoren der Hirnanhangsdrüse, die sehr häufig auf die Sehnervenkreuzung drücken. Und da gibt es auch einige Tumoren im Hirnkammer-System. Da können wir mit dem Endoskop über ein kleines Löchlein ins Hirnkammer-System gehen und dann über diesen endoskopischen Zugang diese Tumoren operieren oder teiloperieren. Und wenn jetzt die OP erfolgreich verlaufen ist, wie lange braucht es dann für den Patienten, bis er sich fühlt, wie früher? Also bei vielen Tumoren ist das nach ein, zwei Wochen bereits soweit. Es hängt immer davon ab, wie krank der Patient vorher von diesem Tumor war. In den allermeisten Fällen können die Patienten ja nach fünf Tagen, eine Woche nach der Operation bereits wieder nach Hause und können an dem Leben, an dem normalen Leben zwei Wochen, drei Wochen danach weitestgehend wieder teilnehmen. Schönen Dank, Herr Dr. Kehler, für dieses spannende Gespräch. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und klicken wieder rein in der kommenden Woche auf www.asklepios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund! atau oder Bis zum nächsten Mal. Das war's. Wir wissen es eine Woche dahkeut, wir sind in No-Turbelgrund, wune auf,あと ein Lebensgefühlf zone im Jimbrar, Märzco und in der ganzen Stunde, die wir die heute Abend waren. Du schtest, wir alle Herb всей, auxarna Das war's. Vielen Dank.